Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video möchte ich über eine Sache sprechen, die ich in den westlichen Mainstream-Medien noch gar nicht gehört habe, die ich aber mehr als beunruhigend finde und aus diesem Grunde hier in diesem Video mit dir teilen möchte. Viel Spaß damit! Da sind wir wieder, Servus ihr Lieben, schön, dass du hier bist und in diesem Video möchte ich über ein Thema reden, worüber ich jetzt in den letzten sechs Monaten glaube ich zwei oder dreimal gestolpert bin. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt, bin alles andere als ein Experte auf dem Gebiet, und warum ich trotzdem ein Video darüber mache ist, weil dieses Thema hat mich, ich will fast sagen, erschüttert und ich sehe jetzt als meine Aufgabe an, wenn es kein anderer macht, zumindest ein Video dazu zu machen, um die Basisinformationen, die ich bisher darüber habe, ein bisschen weiter teilen zu können. Nichtsdestotrotz sehe ich das hier nicht als reine Aufgabe von mir an, das heißt, wenn du jetzt gerade das Video schaust und du hast schon mal was von dem Thema gehört und du kannst da was zu sagen, dann schreib das gerne in die Kommentare, ich bin offen dafür, ich lerne gerne dazu und nur ich denke, das ist eine Sache, die wir bekannter machen sollten, weil ich in den westlichen Medien bisher noch nichts darüber gehört habe. Worum es geht ist SCS, besser bekannt als Social Credit Score und der Social Credit Score ist eine Idee, sage ich mal, oder ein Plan innerhalb der Volksrepublik Chinas oder Chinas, ich weiß nicht, wie spricht man es final aus? Schreibt das einmal bitte in die Kommentare. Ich hatte schon ein paar Diskussionen darüber, aber irgendwie sagt jeder was anderes. So, nichtsdestotrotz. Sozialkreditsystem bzw. Social Credit Score. Die Idee dahinter ist folgende. Es gibt ja ohne Ende Datenkraken im Internet, z.B. Facebook, z.B. Google, z.B. Instagram oder Alibaba, Amazon usw. Den Social Credit Score, der in China eingeführt werden soll von den Jahren 2014 bis 2020, jetzt aktuell ist die Beta-Phase, wenn ich richtig informiert bin, hat folgendes als Idee. Und zwar, jeder Mensch bekommt einen individuellen Sozialkreditscore. Das heißt, jeder Mensch, du und ich, innerhalb Chinas werden gerankt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass jeder Mensch eine gewisse Punktzahl bekommt. Stell dir vor, all das, was du auf Amazon dir anguckst, was du dir kaufst, was du auf Facebook schreibst, was für Bilder du dir anguckst, wonach du googelst und welche Straßenbahnen du benutzt, wie lange du Fernsehen guckst, welche Games du zockst, etc. Alle Informationen von all diesen Datenkraken fließen unten zusammen, wie bei einem Trichter und werden vereint in eine einzelne Zahl. Das heißt, wenn du in China lebst, ab 2020 soll es verpflichtend sein, bekommst du einen individuellen Score. Dieser Score ist abhängig von allen Dingen, die du machst. Das heißt, was für Filme du guckst, ob du vielleicht systemkritische Literatur liest oder nach systemkritischen Sachen googelst, ob du überall sind Kameras in China, ob du vielleicht über eine rote Ampel gehst oder die Regeln nicht befolgst. Egal, was du machst, dein Score ist davon abhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel viele Freunde hast, die einen geringeren Score haben und du verbringst Zeit mit denen, dann sinkt dein Score nach und nach ganz langsam auch dadurch. Wenn du die falsche Literatur liest, sinkt dein Score. Und das Blöde daran ist, dieser Score wird öffentlich gemacht, so dass andere, wenn sie dich kennenlernen, ohne je ein Wort mit dir gesprochen haben, automatisch wissen, wie vertrauenswürdig du bist. Was passiert jetzt, wenn du am Ende des Tages einen geringen Score hast? In dem Moment, wo du einen geringen Score hast, bezahlst du mehr oder darfst gar nicht mehr ausreisen im Worst Case, bezahlst mehr für öffentliche Verkehrsmittel, hast eventuell Steuererhöhungen. Du kannst deine Kinder bei einem schlechten Score nicht mehr auf jede Schule schicken. Eventuell kriegst du rein auf das Privatsozialleben bezogen gar keine Dates mehr, weil jemand, der dich daten will, checkt vorher einmal deinen Score und sieht, oh, dein Score ist zu niedrig, wird sich auch nicht gut für mich machen. Und all diese Sachen machen uns zum Gläsern Bürger. Es ist das, was Orwell schon geschrieben hat, 1984. Und das ist eine Sache, die mir ein bisschen zu denken gegeben hat, vor allem, weil ich vorher noch nie was davon gehört habe. Und das Ganze ist keine Fiktion. Das Ganze wird aktuell, Stand heute, in China schon getestet und seit 2020, also in weniger als anderthalb Jahren, für jeden Chinesen verpflichtend sein. Und ich meine, China ist ja jetzt auch erstmal kein kleines Land. China hat ja auch ein paar Einwohner. Und die Tatsache, dass diese Sache so an uns vorbei geht, finde ich fast genauso erschreckend wie diese Sache selbst. Denn ich meine, jeder Datenschutz-Grundverordnung kam gerade Ende Mai. Wir sind so unglaublich sensibel, was unsere Daten betrifft. Und dann soll es möglich sein, dass wir einen individuellen Score bekommen, der öffentlich im Prinzip vorzuzeigen ist. Es gibt eine Black Mirror-Folge zum Beispiel, die in die Richtung geht, wo jeder im Prinzip eine App hat. Und wenn wer anders an ihm vorbeiläuft, dann steht hier schon irgendwie so quasi über seinem Kopf, oder über so eine VR-Barille, die werden ja auch immer dünner und schmaler, steht dann direkt über dem Kopf, ja, der hat einen Score von 4,8, der hat einen Score von 4,6, der hat einen Score von 3,8. Und wenn man einen Score von 3,8 hat zum Beispiel, weil man ein paar Rechnungen nicht pünktlich gezahlt hat oder mal was systemkritisches gelesen hat, dann gehen einem andere Menschen aus dem Weg. Man bekommt vielleicht die Wohnung nicht mehr, die man haben möchte oder darf nicht mehr ins Ausland fliegen. Ich denke, das ist zuwider jeder demokratischen Natur. Und ich finde es wirklich erschreckend, was da los ist drüben in China, habe aber, ich werde ein paar, ich werde ein Video und einen Wikipedia-Artikel hier unten verlinken, aber noch relativ wenige Informationen. Das heißt, wenn du gerade dieses Video siehst und du hast weiterführende Informationen darüber, dann schick sie hier gerne in die Kommentare, weil mein, das einzige Ziel dieses Videos ist es, die Basisinformationen, die ich bis jetzt bekommen konnte, mit euch zu teilen, um überhaupt erstmal das Thema mehr in den Fokus zu rücken. Und ja, alle Infos, die ihr habt, schickt sie gerne hin. Ich würde mich sehr darüber freuen und interessiere mich auch selbst sehr für das Thema. Ansonsten wünsche ich jedem von euch einen schönen Tag, noch eine schöne Woche und lasst uns diskutieren darüber. Was denkst du darüber? Was denkst du? Social Credit Score, ist das eine gute Sache vielleicht, weil man sich als treuer Bürger Vergünstigungen erarbeiten kann quasi? Ist das eine schlechte Sache? Ist das bedenklich für dich? Oder sagst du nein, das ist super? Lass mich wissen, was du darüber denkst. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal. Bis die Tage. Adios.